Der Arminier aus Bielefeld droht der Super-Go. Trainer weg, Geschäftsführer Sport weg, Platz 16, aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt und jetzt ausgerechnet kommt der Tabellenführer aus Darmstadt. Bielefeld droht der Super-Go. Bevor wir ins Video gehen, vielen, vielen Dank erstmal für die ganzen Abos in der letzten Zeit. Der Kanal wächst unfassbar schnell, wir sind kurz davor die 1500 Abos zu knacken. Kuss, 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 vielen Dank. Liga 2 in Zeit, dankt euer Kanal für die zweite Liga. Gerne ein Abo dalassen, gerne ein Like auf das Video dalassen, würde mir die Welt bedeuten. Vielen, vielen Dank, mir macht es unfassbar Spaß, diese Videos zu machen und jetzt let's go. So Freunde, gehen wir mal rein. Arminia Bielefeld, ich habe das Video in zwei Teile aufgeteilt. Einmal in einen sportlichen Mannschaftsteil, mehr oder weniger, und einmal in einen personellen Teil. Wir werden jetzt in den personellen Teil anfangen und zwar mit der Entlassung von Geschäftsführer Sport und dem Trainer. Und wir fangen mit dem Geschäftsführer Sport Arabi an. Der gute Mann wurde oder ist, wurde entlassen oder wollte selber gehen. Das ist so ein Mischmasch gerade, da sind sich die Leute noch nicht einig. Es gibt da sehr, sehr viele komische Internas. Ich bin da oft viel in verschiedenen Fonds unterwegs, zum Beispiel hier im Transfermarktforum kann ich mal ganz kurz was zitieren, was ich ziemlich häufig jetzt in letzter Zeit auch gelesen habe. Und zwar Arabi ist ein Eigenbrödler, der im menschlichen Umgang deutliche Schwächen hat. Schon früh gab es Spieler, ich erinnere an Schoenfeld, Müller, etc., die ohne persönliches Gespräch verabschiedet wurden. Auch Trainer, auch andere Trainer und Manager haben eher gepiesackt, als ein gutes Haar an Arabi zu lassen. Zumindest was den Umgang angeht. Da er nun seit geraumer Zeit fast alles im Geheime gehalten hat, Verletzungen, Vertragslaufzeiten, passt dazu, dass er irgendwie nicht mehr verstanden hat, was Arminia ist. Ich habe bei Twitter heute gelesen, ganz interessant, das ist echt interessant, wie kann etwas, das richtig ist, sich so falsch anfühlen? Genau das trifft es für mich. Und der Tenor ist halt bei ganz, ganz vielen. Es heißt, dass Arabi in der Geschäftsführung selber immer weniger Freunde hatte, dachte er zumindest, sich immer mehr zurückgezogen hat und nach außen fast nichts mehr kommuniziert hat. Was für mich, ich hoffe, dass sowas nicht der Fall ist, dass er irgendwie mental oder so sich nicht mehr in der Lage fühlt, den Job zu machen, das hoffe ich auf absolut nicht, wenn, wünsche ich ihm natürlich alles Gute, ich wünsche keinem Menschen irgendwas Schlechte, aber das Ganze ist schon extrem komisch und jetzt weiß man bis heute nicht, wollte er selber gehen oder ist er gegangen worden? Ja, das bricht alles so ein bisschen auseinander. Kommen wir jetzt zum Trainer Scherning selber. Der ist im August gekommen für Uli Forte, nachdem der vier Niederlagen eingesteckt hat. Es ist schon, der hatte von Anfang an, viele sagen, von Anfang an hatte der nicht so die wirkliche Chance. Wenn wir jetzt aber dann gleich ins Sportliche gehen, finde ich, so viel falsch hat er, sportlich hat er gar nicht so viel falsch gemacht, was ihr gleich sehen werdet in verschiedenen Statistiken und allgemein was zum Sportlichen zu Arminia zu sagen ist. Habe ich nämlich auch ein paar interessante Sachen gefunden. Allgemein der Trainer Scherning von Osnabrück. Osnabrück hat sich damals, wenn man in Osnabrück in Kreisen sich umgehört hat, war das damals schon ein bisschen verwunderlich, warum Bielefeld als Bundesliga-Absteiger so einen Trainer sich holt, weil ich denke mal als Bundesliga-Absteiger, ich denke mal nicht, dass das Ziel war nicht der hundertprozentig direkte Wiederaufstieg, aber doch im erweiterten Kreis, denke ich, wollte man schon mitkicken. Hat natürlich gar nicht funktioniert bei den ersten vier Niederlagen. Dann holt man jetzt Scherning, ein Mann, wo man nicht so hundertprozentig weiß, was kommt da auf uns zu, werdet ihr später im Fazit auch noch sehen. So einen Trainer wie Scherning, jetzt nochmal so ein Experiment, kann man sich auf gar keinen Fall leisten. Das Experiment ist gescheitert, ich glaube, da würden die meisten mir zustimmen, aber es ist nicht so krachend gescheitert, wie es viele vielleicht denken, oder ich, das Video ist aus meiner Perspektive gemacht, da werde ich gleich noch ein bisschen was aufs Sportliche eingehen. Ganz kurz noch was, neue Trainerkandidaten sind zum Zeitpunkt dieses Videos, ach, der Dritte, noch nicht veröffentlicht. Es sind ganz, ganz viele wilde Kandidaten am Start, wenn man sich so einen Transfermarkt vorne umschaut und alles unter einer Promisse sind sich fast alle Fans, sage ich mal, einig. Oder es sind ja viele Fans, was im Transfermarkt vorne unterwegs sind. Da sind sich fast alle Fans, sage ich mal, einig. Es muss auf jeden Fall, es darf kein Experiment sein, das Ding muss funktionieren. Sie brauchen den Feuerwehrmann, der die Arminia einfach nur über den Strich hält. Das ist das Wichtigste, was im Moment Fakt ist. Man darf nicht experimentieren. Es muss einer sein, der die Arminia über den Strich hält, dass man dann in die nächste Saison gehen kann. Der Kader ist gut genug. Ich glaube, wir brauchen über den Kader nicht diskutieren. Der Kader ist top. Der Kader ist besser als der Tabellenplatz jetzt, sage ich mal. Ich glaube, da würden mir auch die meisten zustimmen. Und folgende Kandidaten sind da am Start. Antwerpen, Baum, Herrlich, Magath, Robin Dutt ist anscheinend bei Wolfsberger als FC entlassen worden. Das hat sich aber dann eventuell doch als Ente herausgestellt. Man weiß nicht so genau, weil Purgis ist am Start. Wie gesagt, und man ist sogar am Überlegen, ob man Neuhaus zurückholt. Weil Neuhaus hat sich damals mit Arabi, sagen wir mal, ein bisschen verstritten. Und der gute Mann Arabi ist jetzt weg. Und jetzt könnte es sein, dass Neuhaus zurückkommt. Und viele würden das sogar, wie ich das rauslesen kann, Lasst es mich in den Kommentaren mal diskutieren. Ganz wichtig. Ich will wissen, was ihr davon auch haltet. Viele denken jetzt, dass der Trainer Neuhaus die Mannschaft da unten wieder rausführen kann, wie er es schon mal gemacht hat. Auf jeden Fall muss ein Feuerwehrmann her, der die Armenier unbedingt über dem Strich hält. Das ist das Einzige, was jetzt noch zählt. Ab ins Sportliche. So viel hat Scherning nicht falsch gemacht. Man hat jetzt die letzten drei Spiele gegen Braunschweig, HSV und Heidenheim bestritten. Und ich möchte euch, bevor wir jetzt überhaupt ins Sportliche reingehen, ganz kurz was vorlesen. Okay? Ich möchte euch ganz kurz was vorlesen. Schluss in Hamburg. Der HSV-Sieg mit 2 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Die Gastgeber waren hier keineswegs die bessere Mannschaft. Doch die Arminia konnte ihre Chancen nicht nutzen, während die Anseaten effizienter waren. Und dann ist Schluss in Bielefeld. Abgesehen von dem Doppelabschluss beim Tor erspielt sie sich Heidenheim nur 0,06 Expected Goals aus zwei Schüssen. Doch diese Effektivität reicht, um Arminia zu besiegen, weil die ihre Chancen nicht machten. Allein Brian Lasme scheiterte viermal an der Zielgenauigkeit und an einer tollen Parade von Kevin Müller. Eine tolle Zweitliga-Partie ist zu Ende. Vor allem die erste Halbzeit mit der frühen 3 zu 0 Führung für Bielefeld und dem Doppelpack von Ferrey begeisterte mit insgesamt fünf Toren. Im zweiten Durchgang drückte Braunschweig erfolgreich auf den Ausgleich, denn der eingewechselte Uccia in der 72. Minute besorgte. Danach waren die Hausherren näher am Siegtreffer als die Ostwestfalen. Das waren jetzt auf originalbundesliga.de die drei Fazite zu den letzten drei Spielen. Und ihr merkt, und ich finde das sieht man, vor allem am letzten Spiel, weil Braunschweig sieht man, an was es da gegen Braunschweig sieht man, an was es der Arminia mangelt. Die Arminia ist uneffizient. Die Arminia spielt nie 90 Minuten auf einem Level. Und das sieht man ganz klar gegen Braunschweig, wo man 3 zu 0 führt und dann noch 3 zu 3. Es reichen keine 20 guten 20 Minuten, es reichen keine guten 45 Minuten. Du musst ein Spiel 90 Minuten, dein Ziel muss es sein, so nah wie möglich an die 90 Minuten ranzukommen, auf einem Niveau zu bleiben. Gelingt nicht immer, aber bei der Arminia ist es Tag und Nacht, was das Braunschweig-Spiel mehr als verdeutlicht. Heidenheim hat 0,06 Expected Goals. Das sind so gut wie gar keine Chancen und die machen die Dinger. Also, fassen wir zusammen. Wenn man die Statistiken, ganz kurz bevor wir zusammenfassen, wenn man die Statistiken reinguckt, man ist beim Ballbesitz 3 Center, man ist mit 1,4 Tore im Spiel 11er. Passgenauigkeit, 72% ist man 3 Center, 1,7 Gegentore ist man 3 Center. Und wenn wir uns die Zweikämpfe angucken, dann sieht es sogar noch besser aus, da ist Arminia Bielefeld auf Platz 1 mit 2.533 gewonnenen Zweikämpfen. Das sind alle Statistiken, die den Tabellenplatz nicht wirklich widerspiegeln. Und man findet auch keine Statistiken, die Arminia Bielefeld da unten, wenn man nur die Statistiken anschaut, sieht man Arminia Bielefeld nicht da unten drin. Und was da wirklich auffällt, was die Arminia, der neue Trainer, wirklich abstellen muss, ist die Uneffizienz im Sturm. Man muss das Spiel so gut wie möglich an die 90 Minuten auf einem guten Level rankommen. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann darf man hinten keine so blöden Dinger fangen, wie gegen Heidenheim oder so. Dann an den Sachen muss man arbeiten, denn ich bin der festen Überzeugung, dass Arminia Bielefeld eindeutig das Zeug hat, in der Liga zu bleiben. Da gibt es einige Mannschaften, die da schlechter sind. Sorry Regensburg, sorry Sandhausen, wollt ihr mal zu denen auch ein Video? Gerne in die Kommentare schreiben. Und ich denke, Arminia Bielefeld könnte der Super-Gao drohen. Ich hoffe es nicht. Ich denke, ich würde die Chancen auf 50-50 im Moment einschätzen, je nachdem welcher Trainer kommt. Das entscheidet alles. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Was teiltet ihr von Arminia Bielefeld? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020